Wolfgang Fuchs präsentiert Kanada from Coast to Coast. Eine Multimedia-Show mit Gastauftritten eines nordamerikanischen Indianers. Sechs Zeitzonen, 14 Monate und 64.378 Kilometer. Am 13. März um 19.30 Uhr im Kongress Leoben. Am 15. März um 19.30 Uhr im Eduard-Schwarzhaus in Bruck. Am 16. März um 19.30 Uhr im Stadtsaal von Mürz-Zuschlag. Und am 19. März um 19.30 Uhr im Haus der Begegnung in Kaptenberg-Schirmitz. Kanada from Coast to Coast präsentiert von Wolfgang Fuchs.